so gucken wir mal was wir jetzt machen ja also wir müssen immer wieder auch zum base camp zurück wenn wir halt das ist nicht du musst auswählen alex anscheinend oder links mit links klick mit links bei mir geht es nicht ja weil der sagt das eigentlich auch direkt am anfang wir können hier heiltränke holen und links und posten reparieren also am anfang nicht aber dann später halt dass man nach oben also du musst das ähnlich die war kraft sozusagen spielen das heißt du holst die cams und dann gehst du zur base zurück ja ich komme ich komme ich komme machen was smart blut so lass mal direkt weiter kommen hier ist pull enemies in dealing damage okay also den charakter fiel ich schon nicht mehr so lass mal nach oben wir müssen eh nach oben wegen dem storm ja okay also wir haben natürlich jetzt hier sehr viel mehr damage ich glaube ich will die bauern komm 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 was erwartet der kollege hier okay also die animation ist ja übelst lame machte man halt krank und dann wird es kommt noch einer ja wir können einfach sterben lassen kommt kommen wir müssen laufen das ist mit denen ich lauf 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 oh mein gott das geht doch wir kommen hier man kommt hier vorbei kriegst du schaden oder jetzt ja so der charakter gefällt mir auf jeden fall gut schilde und alles mögliche oben ist noch ein base camp lass das mal holen ja das ist das keine ahnung ja hier kommen wir hier kommen welche der weiß eine von wenn ich bin stämmer mit stämmer das kommt noch einer und schüss ich habe keine 100 mit coins okay egal wir können weiter noch ein camp naja stimmt wir müssen weiter er macht ja nichts ich vergesse vor allem auch die consumables das letzte was wir gefeiert haben gar nicht geholt ich weiß wenigstens wie diese fähigkeit funktioniert pass auf ich habe hier so eine fähigkeit guck mal wie sie aussieht das hier wenn ich das hier mache dann ziehe ich gegner an mich ran sozusagen also rein nur damit weiß also da irgendwie treffen muss oder so das zieht einfach so ein bisschen in die mitte das brauchen wir nicht was ist das für ein helm doch wir könnten den helm gegen das schild da links oben was ist das hier ich weiß nicht was das ist wo das hier vielleicht aktivieren ja rechts ist da so ein fragezeichen das ist das warte mal was was macht das ding leaving a brush leaving a brush when out of combat grand temporary movement speed und das gibt enter brush to eat and heal yourself wenn dabei ich habe bischen bisher noch nie gesehen oder wo sehe ich jetzt die passive das ist eine gute frage ne ich brauche omnivamp auf jeden fall ah die siehst du rechts neben deinem lebensbalken siehst du die passive man hat zwei stück also bisher zumindest oben ist irgendwas goldenes lass mal gucken mann durchaus ja place your order ach so wir können hier was kaufen standing next to trees restore 6% mana ok place a respawn beacon ah hier t2 rustung kann man kaufen das würde ich nicht ne hier t3 rustung noch besser ne hast du die jetzt auch drüben ne ein kannst du auch noch kaufen oder nicht ich tue 2 ja ja ne u3 nicht ne kein geld aaaah ah ne ich habe ja auch kein geld im Moment sie sehen uns lass mal oben ist ein camp oben am rand oh mein gott kann man hier nicht rüber oh das ist cool hier gibt es heute Vorsicht Zug hinter uns hinter uns oh mein gott ist das dann alter ja jump pad habe ich schon hier nehmen wir die heilung mit und so und lass direkt zum nächsten camp so krass level haben wir jetzt auch noch nicht unten ist ein glaube ich camp oder was ist das oder was ist das camp ne ne ach so ne da sind diese komischen portale diese windportale aber unten sind irgendwelche kisten wo du grad bist ne 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 product ne dr oh mein gott wie ich bin tot ja ich habe ich habe eine ulti gedrückt ich habe meine ulti gedrückt und mit der ulti fliege ich ja hoch und macht sozusagen feuerschaden aber nach der ulti hätte ich halt leertaste drücken müssen damit ich immer noch oben fliege und wäre einfach runtergeflogen ja dann schau oder von mir ist gerade arg laut oder was hast du gemeint ja anscheinend können wir nicht erlassbar liefmatch einfach machen dann sind wir da die ganze zeit warten wir gucken das schon nachdem wir nichts menschen ach so ich kann jetzt einen weiteren freischalten hier protector das ist der tank da gewesen in dem wir gerade gespielt haben ja dann probieren wir einfach mal kann ich auch nicht meinen tank spielen den ich auch spielen wollte so warte wo ist wo kann ich ah ne stimmt das kann ich ja später auswählen der charakter ist auch cool aber ich glaube wenn man so ein damit stehen mit dem tank zusammen spielt ist das schon auf jeden fall besser wo ist er jetzt da ja nimm mal irgendeinen fighter ne ja ich nehme die von gerade jetzt ja ne ich glaube dass du kannst genauso wie bei warte mal welches spiel haben wir da gespielt ich weiß gar nicht mehr wo ich ein schild gemacht habe so das war die finals genau dann kann ich das genauso hier denke ich mal machen einfach ein schild und dann du stehst einfach hinter mir und ballers Dann sagst du Elden Ring, Shadow 3 Was? Elden Ring, DLC Wie ich es finde oder was, ich weiß nicht, ich habe es nicht gespürt Ich mache es mal mit Dark Souls 2 weiter Ich bin ja noch übelst weit vom Ziel entfernt, ich habe in Elden Ring gerade mal 10-12 Stunden reingesteckt oder so Okay, okay, okay Genau so, you are the drop leader, so das bin ich jetzt Ähm Also P3-Rüstung können wir am Anfang eh nicht holen Weiß ich Geh einfach mal da hin Es wird angezeigt, dass welche neben uns landen Ja, da sind welche unter uns gelandet Okay Ja, dann lass uns mal die Base holen und ich Ich muss jetzt erstmal Okay, das ist da Warte, 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 ich mache das Schild Ach du Schei, wieso kriege ich so viel Damage? Ja, ich kann nichts machen Oh la 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 Ja, wir sind froh Ich bin zumindest gleich tot Oh warte, vielleicht noch nicht Doch, doch, doch Ich bin tot Vielleicht Du warst auch noch der erste Abschluss Nein, nein Bin ich nicht Bin ich bin ich lebe noch Warte, wir können den hier finishen Warte, wir finish den Ja, ja, und hier kann man heilen bestimmt Warte Das ist nur ein Vieh, das ist nur ein Vieh Ja Wir müssen auf jeden Fall heilen Oh Gott, haben wir Lack gehabt, ey Lass mal kurz zur Base Warte Naja, aber heilen erstmal Wir können doch die Base hier einnehmen Hier können wir ja schon mal Oh, nein, wir müssen hier stehen bleiben Nur nicht vergessen Sobald es unsere Base ist, können wir dann hier die Heilung holen Hä, mich? Okay Das ist komisch Dash in a radius Okay Knock enemies back Your shield is brief immune Ja Oh lol Ah, hier Warte, warte, warte Ja, ich krieg die ganze Zeit aufs Maul, also Das erwarte ich auch als Dank Ja, ich bin Rib Ja, ich versteh nicht, wie die schon Level 5 sind Ja, ich versteh nicht, wie die schon Level 5 sind Ja, ich versteh nicht, wie die schon Level 5 sind Ja, wir haben schon Kreaturen, glaub ich, die sind Und die anderen, ne Die waren voll viele Keine Ahnung Das war ein komisches Match Ähh Wieso kann man nicht einfach nochmal Ging das vorher nicht beim letzten Mal? Dass wir einfach drauf gedrückt haben, wir sind ready und dann Komisch Also der Typ ist okay, aber wir müssen halt so viel wie möglich leveln einfach, ne Wir hätten Lass es mal nächstes Mal so machen, wenn wir am Anfang Treppen einfach abhauen Vor allem, weil da halt zwei Teams waren und so Was, die waren Level 4 und 5 direkt? Ich mein, du warst Level 2 und nicht Level 1 Wie schnell haben die denn gelevelt? Oder waren das vielleicht andere, die schon nicht in der Nähe waren? I don't know I don't know Ich hab auf die Namen nicht geachtet Aber im Prinzip find ich echt cool eigentlich Weil das verbindet ja Kennst ja noch von WarCraft 3 hier So Camps Creeps Farmen, ne? Jo Und dann? Und dann? Ich kann nie mit f1 kannst du es auch angucken wenn du das nicht mit links was mit der maustaste machen so guck mal was ich für eine attacke habe ich habe eine tor attacke haben wir das ding jetzt eingenommen ja das schwert ist glaube ich würde ich mal nicht immer ich nehme lieber mehr mana und so was ist noch mal power ach so mein gott kannst fähigkeit auch miteinander aktivieren kombinieren meine ich ich habe ein besseres schild wenn ich das hier mache werden lassen wir weiter direkt kommen warte ich jetzt die kiste glaube ich für dich so hierbei weiter 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 ach das ding kaputt rechts ist hier noch was so dann weiter direkt nach oben in die mitte oder so ich kann auch das hier übrigens platzieren das warte mal create healing zone around around your hammer ach warte mal da war irgendwas was ist denn das hier ja das brauch ich nicht ok das konnte es jetzt ja ich habe keine ahnung was das hier ist äh alex kommst du oder willst du den Zug hey alex wild hörst du mich immer hallo ja ach so du bist gemutet ja gute sache ach so ja ok das hier wieder diese f1 sache wie warst du die ganze zeit gemutet oder hast du dich gecheckt oder was wie soll ich das checken warte ich halte dich ich halte dich indem man fragt Risha hörst du mich ich halte dich soll ich wie lange ich gewühlt war ok ok erklärt ein spiel Ah ne, da sind keine Spieler. Okay, aber meins. Was ist das? Max, hör auf. Äh, wir müssen rennen, ne? Jetzt probieren wir gleich meine Ult hier aus. Hier oben, rechts. So, lass mal das Basecamp nehmen, genau. Und jetzt, warte mal, wo ist das? Wo sind wir denn überhaupt? Wo werden wir dann gezeigt? Wo man M drückt? Ich sehe uns irgendwie nicht. Ah, da sind wir. Wo gibt's ein T3 Amor? Da müssten wir hin. Kann ja aber nichts markieren anscheinend. Zoom Level? Ah, doch. Hast du das Gott markiert, oder? Äh, hier, okay. So, jetzt hab ich markiert. Siehst du die blaue Markierung? Dann müssen wir das nächste sein. So. So. Ja, wir können diese... Ja, nehmen wir die Dinger einfach, ja. Jetzt komm ran, Kollege, endlich. Ja, meine Items sind echt scheiße, muss ich sagen, bisher, ne? Also. Hm. Ich war langsam besser. Das war das für Dash, wie habe ich das so gemacht? So. Warte mal, wie ist jetzt nochmal? Shift, Dash... Hä? Von der her? Das ist ein Spiel an, oder? Ja, ja, ja. Warte, warte, warte. Warte, warte, warte. Oh. Ich hab jetzt mal von den Gegnern und hilf mir mal bei den Spielern. Ja, ja, ich verstehe. Wir haben's, wir haben's, wir haben's. Da oben ist noch einer. Nice. Ah, noch? Nee. Warte mal, aber die sind... Hier sind nur nicht tot, ne? Ah, jetzt sind die tot, ja. Aber jetzt sind die tot. Äh. Nein, 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 nein was sind diese bären so was ist das 608 ich verstehe nicht hast du überhaupt irgendwo büsche schon mal gesehen lassen wir weiter zum dings zum ach so warte mal hier ist obwohl ich könnte das wir hier noch wünschen so lass mal die drei rüstung holen weil ich habe es ja nur t1 da wo ich es markiert hat wir sind ja fast da so hier ist das fisch immer schnell töten wo ich hier müsste dings sein wo ist das ach so das mini spiel was man spielen muss ich brauche erst mal die rüstung hä ach so das war nicht rüstung kaufen das ist natürlich da ist das nur du die rüstung das war meine ultime ja gut dann lass mal hier können wir schon noch werden weil wir sind wir müssen einen der letzten weil ja ja sind nur noch zwei teams übrig rechts rechts oben rechts oben steht diese zwei hände ach so das könnte auch sein okay das ist ja es sind welche so welche ich konnte jetzt klick nicht machen warte ich halte ich halte mich kurz warte 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 was zum teufel wo kommt das denn her warte ich halte mich ich halte mich bin übel slow übel slow ja okay ich bin voll ich bin voll warte 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 ich muss kurz weg ich muss kurz weg alex muss heilen wie gesagt was gehalt was gehalt was gehalt aha nein ich wurde abgebrochen ich bin tot ich gehe nach oben warte 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 gehen ich gehe nach oben gehen nach oben einfach nach oben und jetzt gehen wir in den buchstein beginn buchstein beginn buchstein es wird jetzt heilen ah ja wieder dauernd kann nichts machen ja aber das hat sich doch noch ein ordentliches an gefühlt jetzt steht das irgendwo bei mir ja in dieser auswertung oben wo ist der jetzt ah links oben da ist ja